Eine saubere Fassade trägt stark zum Image eines Unternehmens bei. Webego kommt mit dem HighCleaner, einer innovativen, effizienten Fassadenreinigung, auf den Markt und ist damit führend in der Schweiz. Der HighCleaner reinigt alle Fassadenformen mit den unterschiedlichsten Oberflächen und Materialien, schonend, effektiv, ökologisch und vor allem wirtschaftlich. Der HighCleaner arbeitet mit Hochdruckwasser. In einem Durchlauf werden nicht nur das Glas, sondern auch die Fensterrahmen gereinigt. Dank speziellem Osmosewasser trocknen die Glasflächen schlierenfrei ab. Die non-markierenden Laufränder und die Distanzsensorik passen sich exakt den Konturen der Fassade an und hinterlassen keine Spuren an den Oberflächen. Die Vorteile vom HighCleaner liegen auf der Hand. Der HighCleaner schont die Fassade, da nur ein Durchlauf nötig ist. Durch das schnelle Verfahren ist der Kunde weniger lang mit der Tätigkeit an seiner Fassade konfrontiert. Dank dem hohen technischen Einsatz erhält das Gebäude ein kontinuierliches und gleichmäßiges Erscheinungsbild. Geschultes Webego Fachpersonal sorgt für das perfekte Zusammenspiel zwischen Fassadenwaschanlage, Hebebühne, Hochdruckreiniger und Reinwasseranlage. Für ein perfektes Endresultat, das sich sehen lässt. Mit dem HighCleaner von Webego einfach schonend reinigen. Musik Untertitelung. BR 2018